Willkommen im Aigo Cool, dem coolsten Fahrzeug seiner Klasse. Er, wenn du endlich die serienmäßige Klimaanlage anstellen würdest. Lust auf morgen, der Aigo von Toyota. Willkommen im Aigo, mit serienmäßig Kopferbecks vorne und hinten. Und einer Schwimmweste unter ihrem Sitz. Kleiner Scherz am Rande. Lust auf morgen, der Aigo von Toyota. Willkommen im Aigo. Aufgrund des niedrigen Verbrauchs machen wir den nächsten Tankstopp erst in ca. 850 Kilometern. Und pfeifen auf die hohen Spritpreise. Lust auf morgen, der Aigo von Toyota. Lust auf den Aigo CK in Toyota? Mit Leichtmetallfelgen, Klimaanlage und Leder Alcantara sitzen. Einfach zum Verlieben. Lust auf morgen, der Aigo CK into you von Toyota. Und jetzt suche ich Männer mit Substanz und Frauen für die Jury. Alles weitere zum Aigo Award erfahrt ihr im Internet. Aigo. Liebe, lớp.